Dieser Ford Fiesta steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in dem wendigen grauen Fünftürer Platz. Der Kleinwagen besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie elektrische Fensterheber, Freisprecheinrichtung, Bluetooth, ABS, ESP und noch vieles mehr. Der sparsame Benziner hat eine Leistung von 82 PS. Er wird über ein Schaltgetriebe gesteuert. Der angegebene Verbrauch liegt bei 5,2 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 13.439 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Ködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis Bester Preis Bester Preis Bester Preis